So, jetzt haben wir noch zwei Knallketten. Die waren mal in so einem Komet-Set drin. Keine Ahnung. Die hauen wir jetzt mal raus. Hingeschmissen. Zwei Knallketten. So, jetzt schaue ich noch eine Knallkette. Eine 250er. War auch im Komet-Dings drin. 80 cm lang. 30 Sekunden brennenderweise. Hingeschmissen. Wir müssen auch ein, oder kaum aus bedenken. Die Mysohn sind schon gut. Aufour 서bens, die Flumma die Flume verschieben nach her. In meiner Seite benutzen wir noch einen Simiquen. Die Flut, die Flut we threshold worked. ja war doch nicht schlecht